Hallo und herzlich willkommen zu diesem News und Neues zum Ende der sächsischen Sommerferien beziehungsweise Anfang der Schulzeit und ja Ende auch dem Beginn unseres wieder normalen Sendeplans zwei Drittel August haben wir so ungefähr ja das war ein unkreatives Intro fangen wir an worum wird es gehen was für Neuerungen könnten anstehen vielleicht ein neuer Sendeplan mit Beginn des ja neuen Tobi Raptor Jahres 22 23 wer weiß vielleicht keine Ahnung vielleicht geht es auch darum wie wir unsere Projekte demnächst neu organisieren wollen oder was vielleicht auf der nächste sim die vielleicht vor kurzem stattgefunden hat vielleicht drin vorgekommen ist kannst du vielleicht einfach das vielleicht weggelassen und einfach die Punkte nennen was heute drankommt wir haben den Uploadplan dann haben wir einen weiteren Uploadplan außerdem haben Projektplanung weil wegen Videos und alles außerdem next sim und wir wollen noch mal ganz kurz vielleicht auf Videos eingehen die eigentlich mal kommen sollten das ist das was ich als Stichpunkten da habe fangen wir an welcher Uploadplan erwartet euch ab nächster Woche also ab dem 29 8.7 ne und zwar haben wir da wie gehabt äh Montag Raft so weit ähm das kennt ihr schon von vor den Ferien und vor unserem Sondeplan äh Sonne war seine Plan da kam ja auch Raft schon mal montags außerdem haben wir dann Mittwoch die Notruf 1 und 2 Teil 2 mit der freiwilligen Feuerwehr DLC das war ein langer Titel ähm ja also es kommt Notruf 2 wieder auf den Kanal zurück nachdem wir jetzt zwei Staffeln hatten, die zweite Staffel nach der zweiten Folge bereits eingestampft haben und gemerkt haben, bringt nichts, gibt keinen neuen Content. Jetzt gibt es neuen Content mit diesem DLC, wir werden einmal die freilige Feuerwehr durchspielen. Leider gibt es die nur im Singleplayer, deswegen werde ich Tobi nur dabei zusehen, wie er das spielt. Allzu lange wird es nicht werden, weil es gibt sechs Lehrgänge, die man dort machen kann, dann noch ein paar neue Einsätze dazwischen durch. Wir werden doch mal schauen, wie wir das organisieren können. Wenn wir noch Bock haben und die Lust, die Zeit, dann machen wir vielleicht noch mal ein bisschen normales Notruf 1 und 2 Multiplayer oder so. Wobei ich möchte auch noch irgendwann später machen könnte, weil die sind ja auch immer noch dran und basteln dann immer noch neue Einsätze nach und nach rein. Drum drum. Also eine Verbesserung zum Notruf 1 ist es immer noch. Genau, Freitag wie gehabt, der Livestream um 17 Uhr. Aber nur optional, wenn wir Zeit dazu haben. Wenn es keinen Livestream geben sollte, solltet ihr das hier auf unserem Discord auch mitbekommen. Der wird jetzt bestimmt als Bauchbinde eingeblendet von dem Pascal, der das schneidet. Mittlerweile sind ja auch ein paar Leute. Woher war es ja so, innerhalb des letzten Jahres war ja eher so, okay, es waren halt wir und noch so ein paar Leute auf dem Discord, aber mittlerweile sind es auch schon ein paar Leute. Das ist ja nochmal ganz nett, mit dem mal zu zocken. Kommt gern vorbei. Genug Eigenwerbung. Weiter geht es am Samstag nämlich mit Zuzi 3. Wieder eine Zugsimulation. Hatten wir jetzt eine Weile nicht. TSW 2 habe ich ja dann beendet mit den Worten Ich werde Duff Day Games kein Geld mehr in den Bieb plasen. Und ja, jetzt kommt eine neue Zugsimulation, die ich mehr mag, dessen Hersteller nicht einen mit ausbeutet, der jetzt nicht einen dritten Teil seiner Zugsimulation namens TSW 3 vorgeschlettert, die 45 Euro kosten soll und nicht mehr kann als die vorherige Version. Ihr merkt, ich liebe Duff Day Games. Also die Macher von TSW 2. Ne, Zuzi 3, neue Zugsimulationen, kommt ein Projekt wieder, wie ihr es von mir kennt, mit selbstgemachten Ansagen. Da sitze ich gerade dran, trommle die Leute zusammen, die für mich die Ansagen einsprechen sollen. Es wird wunderbar. 20 Folgen werden das, weil, da ich die Ansagen vorher alle aufnehmen muss, musste ich mich schon vorher entscheiden, was ich genau für Szenarien spiele und 20 Szenarien sind es geworden. Quer durch Deutschland werden wir fahren mit den unterschiedlichsten Zügen. Könnt ihr gespannt sein. Ja. Genau. 16 Uhr ist immer wie immer die Veröffentlichungszeit. Das wird sich auch auf weiteres erstmal nicht ändern. Nö. Und Livestream 17 Uhr am Freitag. Naja, hatte ich schon gesagt. Genau. Allerdings haben wir dann noch eine Änderung. Richtig. Und zwar kommt, ich weiß nicht, wer von euch den noch kennt, den guten alten Bausimulator 2015. Und nein, nicht den werden wir spielen. Nein, der bekommt eine Nachfolge und zwar den Bausimulator oder Construction Simulator. Der englische Name ist irgendwie anscheinend gebräuchlicher als der deutsche Name. Der deutsche Name wäre Bausimulator einfach nur ohne Zusatz. und der erscheint am 20. September, wenn ich mich das richtig daran erinnere. Das ist ein Dienstag und ab dem Mittwoch, der danach kommt, bringen wir dann den Construction Simulator, wenn auch die erste Folge voraussichtlich nur im Singleplayer sein wird, weil ich an dem Tag nämlich nicht da bin, wo der rauskommt. Aber egal. Wir werden es dann im Multiplayer spielen, werden unser Bauimperium da gründen im Construction Simulator. Ja, und jetzt kommen die Fragen, aber was ist dann mit Notruf 2? Wir werden doch nicht innerhalb von 3-4 Wochen, weil es sind nur 3-4 Wochen bis dahin, das Freiwilliger Feuerwehr DLC durchgespielt haben. Und das ist richtig, wir werden dann Notruf 112, die Freiwilliger Feuerwehr, samstags bringen, im Wechsel mit Zusi 3. Und wieso wir uns dazu entschieden haben, auch das doch relativ schnittaufwendige Projekt, dann Zusi 3, nur alle zwei Wochen zu bringen, das ist dann jetzt Thema des nächsten Punktes, nämlich der zukünftigen Projektplanung. Genau, und zwar, wir haben uns halt erstmal jetzt dazu entschieden, trotzdem noch die drei Videos pro Woche zu bringen. Genau, das ist unser Standard seit letztem Jahr im März, das ist ja unser Standard, drei Videos pro Woche. Und allerdings haben wir halt auch schon im letzten Jahr gemerkt, dass es halt manchmal ein bisschen knapp wurde, so vom Zeitmanagement etc. Ich meine, wir haben auch noch anderes zu tun, es ist nicht so, als würden wir YouTube hauptberuflich machen oder so, dann würden die Videos wesentlich besser aussehen. Und mehr kommen können. Ja, deswegen haben wir uns jetzt halt auch vor allem dazu entschieden und auch nochmal direkt mit auf dem Plan geschrieben, dass wir eher natürlich auf Schule achten, beziehungsweise ich komme jetzt halt auch in die Oberstufe, 11.12. Pascal macht dieses Jahr sein Abi. Das kann durchaus fordernd sein und in dem Fall muss das halt natürlich Priorität haben und deshalb haben wir uns halt auch gesagt, wir machen jetzt drei Videos die Woche, wenn wir das nicht schaffen, müssen wir das mal einkürzen, deswegen auch nicht einfach vier Videos die Woche, weil Construction Simulator halt gerade rauskommt und zukunftsmäßig wollen wir dann halt auf jeden Fall auch auf zwei Videos die Woche noch runtergehen, nachdem Notruf fertig ist, soweit, sodass wir uns mehr auf andere Dinge konzentrieren können, als jetzt beispielsweise YouTube. Ja, aber ihr könnt euch mal darauf einstellen, spätestens Mitte Dezember werden wir wahrscheinlich auf die zwei Videos runtergehen müssen, einfach weil dann für mich als Zwölfklasse dann schon das erste Halbjahr vorbei ist und dann stehen solche Sachen wie Vorabitur und so ein Zeug vor der Tür und du Tobi, du musst eine komplexe Leistung verfassen, was auch in dem Zeitraum dann anfällt, das heißt da sind wir dann ordentlich belastet, ich werde lernen müssen fürs Vorabitur, du hast deine komplexe Leistung zu machen und dann werden wir nicht mit drei Videos die Woche um die Ecke kommen und deswegen werden wir auch zu sie drei, das wird sehr schnittintensiv, ich kenne es noch von TSW 2 damals, wird dann auch nur 14 täglich kommen und stattdessen wechselt eben mit Notruf 2 freiwillige Feuerwehr, einfach weil das so schnittaufwendig sein wird und ich nicht glaube, dass ich es schaffen werde, jede Woche so eine schnittaufwendige Folge dann zu bringen. Genau, ihr müsst nämlich wissen, hier die ganzen Zugsimulationen oder so, da fährst du halt mal schnell eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden. So eine Stunde Video wird dann nicht untypisch sein, ich muss dann eben die ganzen Ansagen, die wir alle eingesprochen haben, das kommt jetzt auch noch dazu, die müssen ja auch alle eingesprochen werden, ich muss ja mit den Leuten ja auch Zeit finden und die muss ich dann ja alle per Hand dann immer die richtige Stelle drunter schneiden, muss dann aufpassen, dass wir nicht zu viel reden, dass man die Ansagen auch hört und so und so fort, das ist halt alles recht komplex und das nimmt halt sehr, sehr viel Zeit ein, ist vielleicht nicht sehr aufwendig, aber halt sehr, sehr zeitintensiv. Deswegen, ja, wird das einfach nicht möglich sein, jede Woche zu bringen, das Video und wir werden dann einfach auch dann runtergehen müssen auf die zwei Videos. Ja, wenn ich dann mein Abi durch habe, irgendwann im Frühjahr nächstes Jahres, so weit wollen wir jetzt noch nicht direkt schauen, keine Ahnung, ob wir zwischendurch vielleicht runtergehen müssen auf ein Video, weil selbst zwei Videos zu viel ist, können wir nicht sagen und ob wir dann nach meinem Abi wieder hochgehen auf drei Videos, ob wir bei zwei Videos erstmal bleiben und später irgendwann das auf drei Videos hochgehen oder wie auch immer das alles aussieht, das können wir alles nicht sagen, das ist alles zu viel Zukunftsmusik, also ein Jahr in die Zukunft können wir jetzt auch noch nicht schauen, wie das dann aussehen wird, weil wie gesagt, ich werde dann auch eine Ausbildung anfangen und so fort, halt was alles dann nach der Schule auch auf ein Zug kommt und so fort. Genau. Da wird es erstmal zeigen wissen, wie die Zeit da ist. Was man vielleicht noch sagen kann, wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ein Video ausfällt, dann haben wir es halt einfach nicht geschafft. Und wenn was ausfällt, dann kommt es auf den Discord. Genau. Genau, genau das wollte ich gerade sagen. Da kommt im Discord immer die Meldung. Und vielleicht noch ein kleiner Grund dazu, wegen irgendwas oder dies, das, ist auch egal. Gehen wir weiter. Nur damit ihr deswegen Bescheid wisst. So, und dann gab es ja, also werden wir das gerade aufnehmen, ist, das ist der Montag nach der Gamescom. Gamescom ist ja simulationsmäßig jetzt immer nicht so das krasseste, weil man muss aber bedenken, bei Simulationen, du hast an sich so, du hast so ein paar Indie-Entwickler, aber die machen jetzt auch nicht so krass, wie wir auf der Gamescom. Dann hast du halt Aerosoft, die haben ihre NextSim. Und dann hast du noch Astragon, die sind zwar auf der NextSim, aber die tun auch so nebenbei schon immer ihre Simulatoren ankündigen, was da neu rauskommt und sofort, wie zum Beispiel der Construction Simulator, der ist von Astragon. Und dann gibt es noch Playway, die halt eben für jedes Jahr 300 Titel ankündigen, von denen, wenn es hochkommt, 10 herauskommen und 200 verworfen werden. Und fürs nächste Jahr dann wieder 400 Titel angekündigt werden. Ja, das Übliche. Deswegen, also wer da mal ein bisschen zeitlosen Laune hat, der kann gerne beim Sachsen-Let's-Player vorbeischauen. Der macht jedes Jahr ein Video, wo er alle Titel vorstellt, die Playway angekündigt hat. Die Videos werden auch von Jahr zu Jahr länger. Mittlerweile sind sie, glaube ich, weit über eine Stunde schon, die Videos. Ja, was war diesmal da dabei? Also, ich hab nochmal nachgeschaut, die NextSim 20 damals, 2020, die war fast vier Stunden lang, die NextSim 21, die war über drei Stunden lang und die NextSim dieses Jahr war nicht einmal eine Stunde lang, dementsprechend ist auch der Umfang der NextSim jetzt nicht so krass. Ja, aber es gibt zu sagen, als allererstes wurde der Subway-Sim vorgestellt, ein U-Bahn-Simulator oder eher gesagt ein Hochbahn-Simulator, weil der spielt in Hamburg, U-Bahn-Linie 3. In Hamburg ist aber keine richtige U-Bahn, sondern das ist ja die Hochbahn, wo, ja, und von der Linie sind 75% oberirdisch und ja, wo man eben die U-Bahn fahren können, aber auch Bereitstellung und alles Mögliche, was halt eben zum Alltag eines U-Bahn- Fahrers, also Hochbahn- Fahrers und eben, was da davon hinzukommt. Das finde ich persönlich ein sehr interessantes Spiel. Ich denke, das werde ich mir auch holen. Vielleicht wird es auch ein Projekt dazu geben, können wir noch nicht sagen, je nachdem, wie die Auslastungen eben so sind. Und, ähm, ja, das Spiel soll Quartal 1, Quartal 2, irgendwie sowas nächsten Jahres rauskommen. Was sagst du dazu? Naja, wir hatten schon mal U-Bahn-Simulationen auf dem Kanal. Aber das war eine von, von einem anderen Niveau, die war ein bisschen älter. Bisschen. Aber auch von einem anderen Entwicklerstudio. Dann, äh, für The Bus wurde noch ein bisschen neuer Content angekündigt, ist halt in der, ähm, Early Access, da wurde jetzt ein, äh, E-Zitaro angekündigt, dass der jetzt in mehreren Ausführungen kommen soll, Gelenkbus, Kurzbus, Blabliblub, halt eben sowas. Ganz nett. Und die Linie 300 wurde auch nochmal angekündigt, aber die wurde auch schon vorangekündigt, dass die kommen soll. Wie gesagt, sowas habe ich schon mehrfach gesagt, werde ich irgendwann bringen, aber wahrscheinlich erst so, wenn der Release vor der Tür steht. Vorher lohnt es sich für mich nicht, weil dann müsste ich immer und immer wieder mal, wenn was Neues kommt, eine oder zwei neue Folgen produzieren. Das bringt es jetzt nicht. Weißt du, was mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf geht? Ähm, es gibt halt so Spiele, die im Early Access dann halt so ein paar Features haben, ne? So, dann guck die Stars so das an. Ja, aber The Bus ist auch schon ein fast vollwertiges Spiel. Also zum Release, wo das gefühlt noch keine Features hatte, da waren die meisten Leute schon so, das Spiel hat schon so viele Features, jeder andere Entwickler würde das so als fertiges Spiel raushauen, aber ihr sagt, das ist gerade bei der Anfang. Hm. Naja, gehen wir weiter. Aber ja, bei Starter ist es genauso. Dann, was auch angekündigt wurde, war für den Winter Ressour Simulator 2 ein DLC mit einer neuen Map und allem Möglichen und auch in einem neuen Lift, der sogar eine Zwischenstation haben soll. Also das ist nicht nur eine Berg- oder Talstation, sondern auch eine Zwischenstation. Ja, wir sind jetzt nicht so die Winter Ressour Simulator Fans, ne? Ich fand den eigentlich ganz nett, aber hat sich dann nicht gelohnt. Ist eine nette Idee, aber mich persönlich spricht es nicht so an und ja. Ja. Ist halt ein DLC für alle, die sich halt eben auf den Winter Ressour Simulator mögen. Ich weiß, da gibt es eine schöne Community herum, die das Spiel auch richtig feiern und so fort. Für die ein neues DLC, warum denn nicht? Dann wurde der City Bus Manager bekannt gegeben. Das ist ein Spiel, da kannst du dir, egal welche reale Stadt, du willst dir aussuchen, kannst auch deine Heimatstadt nehmen, du kannst, was für eine Stadt du willst nehmen von New York über, was gibt es denn da? San Francisco. San Francisco. Lagos. Du kannst Peking nehmen, Tokio, du kannst Istanbul nehmen, du kannst aber auch keine Ahnung was nehmen. Essen, Hüttenstadt. Wien. Also quer durch die gesamte Welt, jede Stadt kannst du da nehmen und kannst dann dort deine eigenen Haltestellen Busrouten und Busdepots bauen, Busse kaufen, durch die Gegend fahren lassen. Aber es ist halt einfach nur so ein Spiel, wo du, ja es ist wie so ein Tycoon Spiel, du baust dich halt eben auf, wird immer mehr und immer mehr, was du steuern hast. Based on Google Maps oder was? Nee, nicht Google Maps, die haben ein eigenes Map System. Oh, krass. Zwischen bei Emergency, wie hießen die nochmal? Ach, 1-1-2 oder Operator oder 9-1-1-Operator, so rum. Die haben ja auch ihr eigenes Map-System, wo du auch in realen Orten arbeiten kannst. So ähnlich wird das auch sein. nix. Deswegen, ähm, ja, nettes Spiel, hat auch viele Features, ich kann es nicht mehr alles aus dem Kopf direkt raus beschreiben, schaut euch da einfach mal die Stelle aus der Neck, aus dem nächsten Video an. Ja, für mich jetzt nicht so wirklich was, aber bestimmt nettes Spiel, deswegen werden man es auch nicht auf dem Kanal bringen. Ähm, dann Heavy Cargo wurde angekündigt, das ist so ein LKW-Simulator mal wieder. Schwerlast-Transporter, oder? Diesmal aber mit Schwerlast- Transporten. Ich weiß gar nicht, aber Aerosoft hatte vor zwei Jahren irgendeinen LKW-Simulator, äh, rausgebracht. Ich hab schon vergessen, wie der heißt. Der war jetzt auch nicht so gut, also, der steht sehr, sehr weit hinten im Schatten von, äh, ETS. Eurotrack-Simulator. Genau. Aber die Entwickler jetzt, davon, haben jetzt halt eben nochmal einen neuen, der wird glaube ich schon auf der letzten, nächsten, auch schon angekündigt, halt eben Schwerlast-Transporte ist da, ähm, und eben die, also das, worum es gehen soll, worum man auch sagen muss, da müssen sie aber auch schauen, wie sie das machen, weil zum Beispiel bei ETS 2 gibt's auch einen Schwerlast-Transport-DLC, und das wäre natürlich gut, wenn sie das, wenn sie natürlich besser wären als das, weil ansonsten, es wird wieder ein erfolgreicher LKW-Simulator, dass sie da versuchen, auf einen Markt zu gehen, auf dem sie das schlechtere Produkt haben. Ja. Und dann hinterm ETS, äh, herstehen werden. Dann, was auch angekündigt wurde, war der City-Driver, der wird von den Leuten gemacht, die auch schon Tramsim gemacht haben, also View-App, und da geht's darum, dass du so einen Jute-Stück von, äh, vom Norden, von München hast, wo du dann mit da mit dem Auto herumfahren kannst, mit den diversesten Autos, die da zuliefern, auch, äh, Autos können gemoddet werden, frei, und dann kannst du eben quer durch die Gegend fahren, aber du kannst auch zum Beispiel Aufgaben machen, wie, keine Ahnung, dein Freund, äh, zieht gerade um, und er hätte, und es wäre nett, wenn du dem aus dem Baumarkt irgendwas bringen würdest, oder so was. Begeister mich jetzt persönlich nicht so, also ich weiß, es gibt da viele Leute, die das ultra cool finden, so einen Simulator mit Auto fahren kannst, das soll auch sehr realitätsgetreu sein, auch mit Gangschreitungen als mögliche unterstützen und so fort, mich persönlich spricht's jetzt nicht so an, ja, was ich nur interessant finde, ist, ähm, dass anscheinend der Projektleiter von City Driver, äh, der Jill ist, ist jemand, den kennt man bestimmt aus der Entwicklerszene von Simulatoren, nur, dass der vorher bei den Leuten vom Fernbus-Simulatorn The Bus war, und jetzt ist er zu den Leuten von Vue-App rübergewechselt, und entwickelt dort jetzt den City Driver. Ja, da was auch noch angekündigt wurde, war Zombie Cure Lab, das gab's letztes Jahr auch schon, wurde's auch schon angekündigt. Ja, für mich wird das... Das klingt wie irgend so ein Handyspiel, das man in irgendeiner Trash-Werbung bekommt. Das sieht auch aus wie ein Handyspiel, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, das geht halt darum, es ist irgendwie so ein Indie-Game, so, das ist auch ein kleines Entwicklerstudio, und das geht halt irgendwie darum, dass du irgendwie, ist die Welt mit Zombies infiziert worden, und statt dass man die Zombies irgendwie tötet, versucht man die irgendwie zu heilen. Ja, finde ich... Das klingt eins zu eins wie irgend so ein weiteres Handy-Trash-Game, wo alle zehn Sekunden Werbung kommt. Du hast keine Werbung da kommt, sondern du Geld ausgeben musst. Ne, wie gesagt, es sieht ganz nett aus, aber... Also, es hat nichts ansatzweise mit der sparte Simulation zu tun, und ich frage mich bis heute, warum das Aerosoft unter seine Fertiche genommen hat, weil... Okay, bei Astragon kann ich mir vorstellen, zum Beispiel, weil die machen halt alles Mögliche mittlerweile, aber Aerosoft, also, die bewegen sich eigentlich nicht außerhalb von Simulatoren, deswegen, und das ist halt wirklich... Es sieht aus wie ein Handyspiel, es hat... Es funktioniert wie ein Handyspiel. Also, ich persönlich würde in dem Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr als zwei Stunden verbringen, weil dann irgendwann wäre es so, ja, cool. Deswegen, also, ist überhaupt nicht gar nicht meins. Und das Letzte, was angekündigt wurde, ja... Mal kurz über den nächsten reden, ne? Vor zehn Minuten, mhm. Und das Letzte, was angekündigt wurde, war dann noch Notrufeinsatz 2, Teil 2, die freiwillige Feuerwehr, das der Release mittlerweile schon hinter uns liegt, zumindest der Beta-Release. Und ja. Deswegen... Noch irgendwas zu sagen? Ja, also, ich muss sagen, ähm, die Leute in den Kommentaren aus dem Live-Chat von dem Dingens, ich hab mir die Live-Sims live angesehen, als die war, die waren relativ ähnlich der Meinung wie ich, also Subway-Sims wurde auch sehr hoch gehypt, und ansonsten waren die auch größer als der Meinung, ja, nur bekannte Sachen, dann auch ein paar Sachen, ja, City Drive war ganz nett, und ansonsten einfach nur Updates, die angekündigt wurden, oder eben das Notrufeinsatz 2 DLC, was eh jeder wusste, dass das Mitte August kommen soll, weil sie es auf dem Discord-Server schon gepostet hat, und das Mitte August released wird. Weißt du, wir hatten, wir hatten ein ganzes Gamescom-Video nur zu der einen Gamescom gemacht. Ja. Damals war das in 20 zu der NextSim und den paar Sachen, die auf der Gamescom angekündigt wurden, und das ging über 40 Minuten, ne? Mhm. Jetzt waren wir 10 Minuten schnell durchgefrühstückt mit dem Ganzen, also, ja. Äh, Heavy-Duty-Challenge, war da nicht noch was? Nein, hatte ich... Hab ich Heavy-Duty-Challenge? Heavy-Cargo-Challenge, hast du erwähnt. Stimmt, ich hab Heavy-Duty-Challenge übersprungen, stimmt, da war noch was. Ja, Heavy-Duty-Challenge haben wir mal am Playtest damals gespielt, das ist bestimmt oben auf dem E-Verlieb. War sehr lustig. Haben wir damals eine Folge aufgenommen. Äh, seitdem gab's auch keine weiteren Playtests, soweit ich das mitbekommen habe, also, das ist immer noch der Stand, den die Öffentlichkeit kennt. Ja, die hatten da ganz kurz in einer halben Minute mal kurz abgefrühstückt, das Heavy-Duty-Challenge, dass, äh, die ein bisschen länger für die Entwicklung brauchen, die ein bisschen ordentlicher in einer Entwicklung sein wollen, nicht schlampen wollen und es deswegen Q1 2023 rauskommen soll, oder Q2, ich glaube Q1 war's. Ja, ansonsten auch nichts Neues. Aber Heavy-Duty-Challenge, ich glaube, da brauchen wir nichts für zu sagen, schaut euch das Video an, da hat sich die Meinung von uns nicht wirklich geändert, seitdem. Jupp. Genau, äh, alles, was noch so an Videos angekündigt war, das heißt, die Tutorial-Vinus, wie, Venus, genau, äh, hier zu den, jetzt, Signalgebung, PZB, LZB oder so, dieses ganze Zugzeug, das, wofür ich keine Ahnung habe, das kommt irgendwann noch, ähm, genauso wie die restlichen Pride Month-Videos. Die sind Vorbereitung und Planung und die Pride Month-Videos, die zwei, die noch immer fehlen. Die kommen nächstes Jahr. Wir haben mittlerweile August, die sollten mal im Juni kommen. Die kommen nächstes Jahr. Die werden auch noch kommen, aber wann kann ich ja nicht genau sagen, die Grafiken dafür sind auch immer an Arbeit, die mache ich aber nicht selber, dafür wurden extern Leute beauftragt, die aber eben nur arbeiten, wenn sie gerade eine kreative Phase haben und gerade Bock drauf haben zu arbeiten und ja, da muss man abwarten, aber zu den beiden Videos, die, äh, kommen sollen, sind die Grafiken, würde ich behaupten, wollen schon halb, zur Hälfte fertig mittlerweile. Na dann. Ja, die werden auch irgendwann kommen, vielleicht spätestens nächstes Jahr, ne? Jo. Vielleicht habe ich bis dahin auch zwei weitere Videos dann ausgedacht, die wir noch bringen können. Fällt dir noch irgendwas ein, was du noch erwähnen willst? Ne, mir persönlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, können wir auch Schluss machen für heute. Na, wir wollten kurz was sagen, wir haben, wir haben so gerechnet mit zehn Minuten, also zumindest habe ich so mit zehn Minuten gerechnet, maximal 15, ist mittlerweile bei 24. Naja, die normale News in Deutschland halt. Mal gucken, ob du noch ein bisschen was rausschneidest dann, aber wird sich zeigen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.